Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Attack on Titan. Wir sabotieren hier alle am Start. Mit dabei ist der Chris als, äh, ich glaube Armin, oder? Petra. Petra, okay. Der Adam oder aka Dragon Page als Mikasa und ich als Levi. Er nimmt Mikasa, die ebischste von allen. Und jetzt stürzen wir uns ins Gefecht. Oh fuck, zu. Ja, ich muss auch mit Kübel spielen. Spiel mit Mitchell, das packt deinen Rechner. Ach, Quatsch, bist du verrückt? Wirklich, das ist ein Browser-Game, Alter. Ach, sogar mein Arzt, oder? Ich blute. Na siehste? Ja, doch, ich probier gleich mal. Ah, klar. Klick mal links, bitte. Hat er schon. Ist in der, also, yes. Also ich kann, komm mit der Störung, ja klar. Komm, doch, komm mit der Störung. Wie ist das, Maustastatur, ja, ne? Ja, ja, und boosten tust du halt auf Shift so und spring auch. Und beim Titan ist, äh, Chris ist hinten halt am Genick die Schwachstelle, ne? Haararm, oh, er isst mich. Ich bin tot. Haha, was hat er platzt? Und dann? Äh, warte, also du musst jetzt warten, bis wir gestorben sind, dann kannst du wieder einsteigen. Oh, da gibt's so'n Riesen-Titan und so'n kleinen Titan, was? Oh, oh. Oh, oh. Der Nick gebrochen. Yay. Ach, hast du jetzt den großen geholt? Ja. Ah, der, ah, der ist ja nur ein kleiner, hab ich gar nicht gesehen. Ja. Ah, den will ich haben. Oh, fuck, ich, okay, ich bin so oder so schon weg. So. Und jetzt? Wann lebe ich wieder? Na, wenn wir halt gestorben sind. Waaaaaah. Okay, und halt die Farben kannst du halt auf eins, zwei oder drei abschießen. Welche Farben? Na, diese Rauchsignale. Was bringen die? Nichts. Also, wenn du zum Beispiel gefangen bist von, also, wenn dich so'n Titan packt, kannst du schnell eins für drei dringen, damit die, damit man schnell weiß, wo du bist. Hm, wo sind denn noch Titans? Also, ich seh' einen, also, ich seh' einen Blonden und einen Schwarzhaarigen. Ich möchte den, oder, wo? Warte. Na, an der Mauer, rechts. Und einer ist bei uns irgendwie hinten am Spawn in der Nähe. Ach so, da. Ey, dann können wir ja zu viert Annie probieren zu legen, ne? Dann schaffen wir ihn nicht. Ja, jetzt. Ihr seid doch grad nur drei, oder? Ja, du spielst doch gleich mit, oder nicht? Oh ja, ich gucke. Ich will die Runde ja noch zu Ende machen. Nächsterweise, ich sterbe dann halt gleich. Oh, 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 oh. Ich könnte nicht verrecken, dass ich hier heute spielen kann. Du bist schon ganz traurig von heute. Nein! Ja! Killst die da hier. Und dahinten muss noch irgendwo einer sein, ne? Ähm, warte. Ah, da hinten. Man verliert so schnell die Übersicht, ey. Ach, da ist noch ein kleiner Schwarz. Ah, da sind noch zwei. Darfst du den blauen Kuchen? Ja, mach ruhig. Dann schnapp ich mir den Schwarz. Ach. Ach, da ist noch so ein riesen. Riesen-Darkton. Ja, sechs Leben noch, ey. Wie krank das ist. Ich schlaufe. Na? Das ist mein Blondi? Ach, da hinten. Guck mal, Feuerwerk! Nein! Dieses Gesicht, wenn sie umkippen, ey. So, Rauchsignale. Ist hier noch irgendwo ein? Ja. Springen wir uns mal hoch hier. Glauben, wo die Kamera ist. Autsch. Vergegen, der klatscht. Dann ist noch ein Blonder. Kann ich den haben? Ja, ja. Immer diese scheiß Aria. Sagt der, der selbst blond war, ne? Hatte blaue Augen? Ich wurde gefressen. Du schaffst es. Oh Gott. Ey komm, ich will auch noch. Und dann ist, äh, hinter dem Turm jetzt, der hinter dir ist, ist da noch ein kleiner schwarzhaariger, ne? Ja. Mann, ich hasse diese kleinen. Fliegen wir mal hier mit freier Kamera. Genau hier? Den Spotter. Äh, der buckt an der Hauswand rum. Ach, bist du tot? Cool. Ja. Wunderbar. Ah, da ist noch ein Blonder. Ja, ja. Wie geht es sich, Freund? Ja, da kann ich auch wieder spielen. Und hinten, von dir aus, hinten rechts in der Mauer ist auch noch ein Blonder. Okay. Oh mein Gott. Das Leben der Menschheit liegt an dir. Ähm. Nein. Äh. So ist er... Wo bin ich? Wo bin ich? In seiner Frisur. Platsch! Hahaha. Platsch! Alter. Das war grad etwas verwirrend. Okay. Feuerwerk! Es fehlt eigentlich nur Schwarz-Roch-Gold. Ich schon. Ach Gott. Hübel, ich pack den in der DSR in den Schrank. Ja. Gepunched? Nein! Ist doch verrückt! Ich hasse die Waffe, ne? Oh, ver... Wie wär's, wenn wir uns heute aufteilen? Also ich gehe rechte Seite des... Wo seid ihr denn überhaupt? Ähm, ich bin glaube ich so ne... Blondie. Blondie. Ach, danke. Okay. Na, ich hol mir da hinten an der Mauerecke den Schwarzhaarigen, ne? Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Oh, oh. Kann man sie nicht befreien, wenn man geschnappt wurde? Ähm. Eigentlich muss jemand anderen ihn noch töten, während er grad den hält. Na, als ein Kumpel von mir das allein gespielt hat, äh, als er am Griff war, dass er sich noch irgendwie befreit. Oh. Äh, ich kann ja so lange einfach nur spektaten und... äh, gucken, wo Punches halten sind. Okay, ich hab hier... Einen großen, einen kleinen nebeneinander. Ähm. Warte. Welche Haarfarbe hat der große? Schwarz, schwarz. Alle beide. Und... Ach, da hinten an der Ecke die... Genau. Ja. Also da ist auch so ein weißer Turm. Deiner. Ach, da bei dem Loch. Äh... Scheiße! Wo bist du grad? Beim... Ah, da. Oh, oh. Nein! Nein! Hilfe! 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 Wo bist du? Oh mein Gott! Mundtot! Mundtot! Ah... Äh... Scheiße! Der Blick sieht wirklich einfach nur leer aus. Achja, äh... Mit... Mit rechter Maustaste machst du halt dein Spezial-Move, ne? Äh... Ach ne, es war ja mit meinem Profil, als ich gezockt hab, der dann ne DSN-Schrank gepackt. Und mit Q und E schießt du halt, äh, einzelne Pfeile, also Seile aus, ne? Ah... Und auf Schiff boostest du halt. Ja, das weiß ich. Jetzt ist Chris in der Materie drin. Bei mir... Ich kann mich grad irgendwie nicht mehr bewegen, aber die... Uhr geht grad langsam wieder runter. Die Uhr? Ach so, 616. Komm Chris, das schaffst du. Boah, da tut voll das Handgelenk in einer Zeit weh, ey. Fuck. Aha, die Unkonsole, ne? Geht gar nicht. Ist genau wie Chris und Titans. Ach, ist so, mir tut das Handgelenk voll weh! WTF! Verarschen! Wir haben das voll drauf klarkommen. Tocken soll was entspanntes sein und nicht wehtun. Na, am besten ist... Na gut, wenn ich überlege, wie... Na gut, wenn ich überlege, wie... Na gut, wenn ich überlege, wie... ... ist halt, äh, nur ein Seil abzufeuern, ne? Na gut, wenn ich überlege, wie... Der kommt, hat doch schon ein Kleiner. Ich überlege, wie... Alter! Wenn's jemals zu so nem Szenario kommt, sind wir wohl die schlechtesten. Ey, das ist in echt wesentlich einfacher zu steuern, als in so nem scheiß Browser-Game. In Garry's Mod macht das auch noch Spaß. Pass, in Garry's Mod gibt's das? Ja, Spielmodus Attack on Titan hab ich mal gespielt. Hab ich mich oben in der, äh, Dings hier... Also, die Welt ist ja mal umringt von so nem Kasten, hab ich mich oben festgehangen und nach oben immer gezogen. Wer, äh, wer ist denn... Versus Titan? Na, Titan sind auch reale Spieler. Ist dann irgendwelche KI dieses Dinger, oder? Ne, ne, reale Spieler. Also in Garry's Mod jedenfalls, und hier ist es KI. Naja, klar, ne? Aber man kann auch Titan spielen. Garry's Mod sah auch, glaub ich, nicht so aus wie Titan, oder? Naja, doch. Irgendwelche riesen Holzklötze. Jetzt krieg ich den nicht mit meinem Special, ey. Den schnapp ich mir. Ey, kleine Titan sind so unnötig, ne? Jetzt, geh doch höher hier. Ey, Levi, bist du behindert? Watt, Levi gibt's dat. Ja, Levi, Mikasa, Eren, Armin, äh, Petra, John, Kirschstein halt. Gott, wie sie nicht alle heißen. Und das Kartoffelmädchen gibt's. Ey, das... Kartoffelmädchen ist cool. Das stirbt aber, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ich hab das nicht im Angelegen... Oh, der Typ hat mich zerfleddert, dieser Spacke. Man kann auch ohne H.O.D. spielen, wie krass, ne? Ne, so, drauf hab ich kein Stress mehr. Gute Nacht. Was? User disconnected from your channel. Das ging schnell. Ähm. Fick die Hoffnung der Mensch halt nur noch in, den Händen zweier. Und dieser Blonde läuft ganze Zeit gegen, äh, gegen das Haus. Okay. Ach, sehr verpackt, hab ich gehört. Ab und zu. Bin hier hinten. Jaja, äh, hinten rechts ist noch so ein schwarzhaariger. Schaffst du den Blonden? Ähm, ja. Einfach mal... Feuerwehr! Wollte kein Problem sein, ne? Oh. Natürlich, ich schaff ihn. Okay. Hat niemand gesehen. Sicher? Nein, nur die Todesmeldung. Niemand weiß, wie ich gestorben bin. Ich krieg ja auch kein Dr. Nieder zusammen. Das ist voll ärgerlich, ne? Stimmt, zack, presst hier von seiner Hand oder so. Uh. Ich hoffe, du hast ne Maus angeschlossen. Wer? Uh, an deinem Laptop. Kann ich machen. Mach es keiner dran. Sehr besser. Sehr besser. Erstmal hier im Kopf festhaken. Einmal... Dein Haken hängt grad in seinem Auge drin. Oder war in seinem Auge drin. Okay, wie mach ich's am besten? Ich bin Batman. Mein Auto ist nicht schwarz. Es ist nur ganz, ganz dunkelgrau. Ja. Mein Batmobil ist nicht schwarz. Es ist nur ganz, ganz dunkelgrau. Beste Stelle in dem Lego-Film von Batman da. Den hab ich gesehen! Der ist saumäßig. Der ganze Töne ist geil. Was ist denn das? Ich lauf an den Zombies vorbei und der Auto aimt da rauf, obwohl ich Auto aiming aus hab. Das ist scheiße. Nein! Ah! Ah! Nein! Ich bin jung! Hilfe! Hilfe! Nein! K.O. Dieser Kiefer, wie er sich bewegt, ey! So einfach mal für so ne wie ne Mülltonne. Jetzt schaffen wir's! Wie viele müssten wir eigentlich töten? Nur 10 Stück? 10 Stück. Und hier ist noch Blonde. Ah, da hinten ist da einer. Alter, wohnt Fliegeschwatt? Feuerwerk! Also bei mir ist einer, ne? Äh, ja. Ich hab so paar Blonde gefunden. Wenn die Blonden sind, gucken einfach immer ab und zu komisch. Ich bin toll, wenn du vorne dranhängst, kannst du den in der Augen stechen. Aber das macht denen fast gar nix aus. Na, die zappeln dann rum. Ja, natürlich zwei Blonde. Mhm. Ganz sicher. Und leck dich. Guck dir mal das da bitte an. Okay, ein Blonder? Ne, zwei. Zwei Blonde! Oh, scheiße. Also ich würd's beim größeren probieren, ne? Mhm. Oh. Oh. Das Kabel hängt noch, ne? Nein! Ja. Rot. Scheiße. Mitchell, du wirst mitmachen, ey. Ach, nö. Wir sind so schlecht, ey. K.O. Also das 3D-Manöver liegt uns nicht. Ey, aber Kiten auf Xbox hab ich drauf, Mann. Ich komm mal durch Lücken, das ist der Wahnsinn. Ey, ich hab grad die verbesserten Headshots bekommen. Also mit Kübels Profil. Kübel sich freuen. Was bringt das? Was? Was bringt das? Äh, mehr Schaden auf den Kopf halt ohne Perk. Also es ist wie Deadshot. Deadshot Permaperk quasi. Das ist nicht schlecht. Nur du verlierst es sobald du wieder irgendwie eine bestimmte Anzahl an Zombies sind und dann nicht mit Kopfschüssen tötest. Und das war Dragon Page, nee, wer war das? Jaja, doch, Dragon Page. Oh, der kommt gleich wieder. Ja, und jetzt liegt die Mensch... Ich möchte das... Jetzt liegt das hier. Das Schicksal der Menschheit nur noch in den Händen von Levi. Wo liegt denn die Max Amor? Hab ich die nicht eingesammelt? I spawned ja neue Viecher. Was sollen das? Ihr seid scheiße. Na, wie lange brauchst du noch für deine Runde? Spielst grad online? Ja. Mit anderen? Ja. Ich spiel grad sowas. NO! Geh doch weg vom Export Guide Button! Nooo! Falsche Taste! Oh nein, Kiebel! Was denn? Warum gibt's den Xbox Guide Button? Warum gibt's den? Das ist scheiße, Mann. Warum gibt's den nicht? Ich spiel soll nicht. Du hast den drauf... Du hast den drauf gedrückt. Ich spiel Erde und nicht. Ich schwing mich hier grad um den Titan. Die haben 16 Runden überlebt! Yippie! Ach, war's der letzte Überlebende? Ja, natürlich. Also kannst du jetzt mitmachen. Ich der... Pro... Komm, komm hoch da! An's Genick! An's Genick! Jetzt schlag doch! Jetzt schlag doch zu! Oh mein Gott! Wie sind alle die Lobby? Huh! Weil du auf den Guide Button gekommen bist, ey! Wie erbärmlich! Ich mach's mal da fest! Oh oh! Ich hab' eingelassen werde! Ja! Ich auch in dem Spiel! Haha! Okay Leute, das war's für die erste Runde! Ich hab' gefailt! Vielen Dank fürs Einschalten! Wir sehen uns zur nächsten Runde! Tschüss!